Ich will mich noch einmal verabschieden in diesem Hotel. Das ist der geilste Pool hier im Pfeif, der Gangbang-Pool. Der schlimmste Mann im Pfeif-Punch. So, weiter geht's. Hier Mo. Jetzt sind wir wieder im JBR. Und noch ein paar Erledigungen. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt hier gerade bei der Maniküre. Weil ich sowieso das Gefühl habe, oder nicht loswerde, dass die meisten dieser neuen Rapper mehr Zeit bei der Maniküre verbracht haben als im Knast. Geschafft, meine lieben Freunde, die optimale Länge zum Finger.